und willkommen zurück zu let's play battlefield 1 und letztendlich bestehen lieben und ja jetzt wir müssen gehen jetzt mal nach oben in der windmühle und man hat nur ausschauen beziehungsweise schon mal erst mal hier ist kein k98 aber das ist das schale geschützt schale gedämmt und 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 Scheiße, danke sehr. Ja, danke sehr. Okay, mit dem Umkreis muss das Feuer sein. Das ist so ein Finger, dass ich meinen Arsch nicht von deinen Gesichtern bescheiden kann. Okay. 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 Das war knapp. Okay. 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 die sich von oben auch noch mehr wenn ich glück habe aber aber auch nicht wie deutschland und 19.00 na ja das ist klar also erst mal um außen kommen die sache hier 98 98 98 aber das Problem ist das Problem ist das Problem ist ich ich habe entscheidend dafür schluss mit dem call das Schlimmer und steppleicht von hinten kräscht 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 ok kräscht das Geräusch versaut kräscht 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das habe ich geworfen, ich versaut. Wir hätten einfach eine Mauer durch ganz Europa ziehen sollen, dann hätten wir uns das alles hier gespart. Was ist das? 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 Ich habe das noch ein paar Minuten. Ich habe das noch einen Platz. Ach, er ist noch ein Platz. Ach, er ist noch ein Platz. Was ist das? Okay, das war jetzt so gedacht, aber... Oh, das war einfach. Was ist denn das, Gott? Kommt back in den Nebel hinein Halleluja . 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 MacMellow ist klar dann habe ich die aber dabei aufgemacht ich habe alles richtig gemacht alles ich habe mein Leben ich habe alles gemacht, ich habe mein Leben mit dem Handel mit dem Handel mit dem Handel was ist passiert? du schweig du schweig du schweig du schweig du schweig Come on, Bess! Pull yourself together and work with you! Fuck's sake, I thought you liked to bloody well, fuck! Haha, get off! Fuck! Hey, Edwards! She likes her when you swear by me! Alright, Edwards! Rendezvous is past those hills in the distance! Just mind that village down there! Alright, let's! Hang on! Here we go! Lift Blake! Capture tanks moving into the village! Steady, Lads! We're well behind Jerry's lanes now! And we are knowing what we're up against! That's a cheerful thought! Come on, Dad! We help together this lot! Let's not fall apart now! Old Bess has got us this far! And she'll get us all the way, if we do our best! Don't fall apart now! Let's just take one another point! Do you feel like this can be else to kill us? Did he have enough to kill us? Maybe they have enough for us to kill us? Okay! Why? Oh. Ich war einfach mal durch hier. Im Ernst hab ich die Fax geborgen, die Fax geborgen. Oh. Back here, big bass. Let's bloody do it. Right. Keep moving. Keep them confused and off balance. And let's hope they don't realize we're on our own. Okay, let's move. Come on. So. Jetzt also Bahnhof sicher oder was? Okay. Dann sicher wir halt Bahnhof. Oh man muss das schneiden, ich hab keinen Bock auf dem Schnee. Okay. ... ... ... Take that you bastards! ... Ja, ja, schweiß. Ja, ihr habt es gehört, da war der Timer, Zeit ist vorbei, und ja, da würde ich sagen. Jetzt filmen wir uns neu wieder, zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 1, 2, ciao.